Hallo, hier ist Erich Papilleier, ich melde mich hier direkt aus München von einem Videodreh und freue mich schon wahnsinnig auf Ried, denn dort findet am 30. September der große Erich Papilleier und Band Showcase bei Bauböcks statt. Dazu lade ich Sie, lade ich euch herzlich ein. Zwei Stunden Rockshow und natürlich das Allerwichtigste, eine fette Aftershow-Party. Also ich freue mich schon auf Sie, ich freue mich auf Euch. Bis dahin, viel Spaß mit INSA-TV. So I tried to get up when I was upside down.